Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unsere Schalker Trainersuche geht ja nun schon in den nächsten Tag hinein und immer noch gibt es keine offizielle Meldung dazu, wer denn nun neuer Coach wird. Und damit gestaltet sich die Suche auch weiterhin schwierig. Mittlerweile ist wohl klar, dass man mit Thomas Reis einen Kandidaten gefunden hat, den man jetzt auch wirklich gerne verpflichten möchte. Aber die ganze Geschichte ist immer noch nicht offiziell. Mit dem 49-Jährigen und dessen Berater Michael Stevens, übrigens Sohn von Hüb Stevens, haben sich die Schalker mittlerweile auf einen Vertrag geeinigt. Auch sein Assistenten Markus Gelhaus darf Reis mitbringen. So viel ist damit auf jeden Fall schon mal klar und Schalke ist auch davon ausgegangen, dass man deswegen Thomas Reis auch schon gestern hätte vorstellen können. Problem bei der ganzen Geschichte, Thomas Reis hat ja noch einen Vertrag beim VfL Bochum bis 2023 und Schalke hatte halt wirklich gedacht, man bekommt ihn einfach so ablösefrei. Hat wohl auch erst gestern beim VfL Bochum angefragt, ob eben der Vertrag aufgelöst wird. Und die Bochumer wollen ihn eben nicht ablösefrei gehen lassen, schon gar nicht zu einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Was ja auch irgendwie logisch ist. Zwar ist es relativ unüblich, dass für Trainer noch Ablösungen gezahlt werden, die noch einen laufenden Vertrag haben. Denn auch für Bochum wäre es ja prinzipiell gut, einfach nur sein Gehalt zu sparen. Aber natürlich ist es in der Konstellation schon etwas Besonderes, wodurch man jetzt auch nicht komplett verwundert sein kann, wenn eben Bochum noch ein bisschen verhandeln möchte. Und deswegen finde ich es dann doch schon sehr überraschend, dass man eben Thomas Reis gerne jetzt haben wollte, nachdem man eben auch über andere Kandidaten gesprochen hat und wirklich dachte, dass das dann alles relativ zügig über die Bühne geht. Dem ist aber nicht so. Unseren Spielern wurde bereits signalisiert, dass der neue Cheftrainer das Training am heutigen Mittwoch leiten würde. Da ist natürlich die große Frage, ob das wirklich noch realistisch ist. Ein mögliches Szenario, eine mögliche Lösung wäre wohl eine Fixsumme und dann eine Prämie bei Klassenerhalt. Da geht es wohl auch um eine runde Summe von 200.000 Euro. Das ist aus dem Schalker Umfeld zu hören, aus VfL-Kreises wiederum zu hören, dass es sogar um deutlich mehr Geld geht, um Thomas Reis loszueisen. Um einen Plan B zu haben und dem VfL auch ein bisschen Druck zu setzen, ist auch Peter Knebel in die Schweiz geflogen, um sich dort mit Wladimir Petkovic zu treffen. Klar ist aber mittlerweile schon, auf Thomas Reis läuft es wohl hinaus. Trotzdem könnte der Deal noch platzen, weil sich eben Schalke immer noch mit dem VfL Bochum einigen muss. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.